Oh, sogar verpixelt Was ist das für ein Fisch? Weiß nicht Wow Gott, wo bist du? Gibt es Schaden? Was? Hm? Du leckst wie, keine Ahnung was Echt? Bei mir läuft alles flüssig Mein TWS, Alter Verlierst du dein Leben? Nee Aber ich glaube, man muss Kombus machen Was macht der Fisch? Schlag dich mal Meine CPS, Alter Was ist das denn? Was hast du für eine Range plötzlich, Alter? Ja, da kommen wir drinnen Ich glaube, man muss schon Warte, ich mache kurz one click Aber machst du die ganze Zeit Double Fly? Ja, ich habe direkt Aber mein Butterfly ist gerade im Arsch Warte Frag mich, wie man es zu Ende ist Was ist das? Ich glaube, es geht unendlich, wenn man es nicht aufhört Okay, weiter Aber mein Butterfly ist gerade wirklich Alter An CPS sind Weißt du, was ist das Winning by? 7, 8, 9 10 Einmal 10 geschafft Alter, sind die gerade im Arsch Scheiße Ah, ich glaube, man muss 100 Hits machen Dann gewinnt man Und man muss 100 Hits machen Dann gewinnt man Soweit ich das hier verstehe Oh Gott, meine Hand ist die verkrampft Ja, meine auch gerade Oh, wo bist du denn, Alter? Ich bin hinter dir Und das W viel zu doll runter die ganze Zeit Scheiße 1-B4-Dring, glaube ich Weiter Hier Ja Lass uns das nochmal machen Für 100 Hits Na, legst du dich mit mir an? Schöne Kamera Du schlägst die ganze Zeit irgendwie nach unten Habe ich das Gefühl Hm? Das Gefühl, du schlägst irgendwie die ganze Zeit nach unten Ich weiß nicht Was? Ich weiß nicht Ich hatte ganz das Gefühl, dass du dir so nach unten schlägst Hältst du dich woanders Irgendwie mein TBS hat ja wirklich schack Ach, das kommt wieder mit der Zeit Ja, aber Das ist blöd, weil ich halt schon mal viel besser war Das stimmt, das stimmt Okay, das müssen wir machen Ah, das ist Hilfe Erster Sprung sofort verkackt Ah Oh Gott, wie lost Nein, als ob man wirklich Kommt, der zurückgesetzt wird Kann man die Checkpoint setzen? Oh nein, ich hab ein Checkpoint gesetzt, aber Oder habe ich? Man kann sich nur zu retten Checkpoint teleportieren lassen, oder? Nein, also ich muss warten Ich hab's vergeigt Jetzt muss ich hier eine Minute warten Was? Naja, man muss ich mir da Hier hoch teleportieren Glaube ich Wo muss ich hoch teleportieren? Ähm, zum Checkpoint hin Was muss ich, glaub ich, hoch teleportieren? Hä? Wie kann man ein Checkpoint setzen mit dieser Träne, oder? Echt? Nein, nein, da hast du die Feder Mit der man sich dann hoch teleportieren muss Also, dann kriegst du ein Hoch Jumping Boost Ist schon irgendwie bezeichnet, dass wir bei den Letzten sind Ja, Junge, wir wussten gar nicht, wie das geht Und Hä, schon wieder nicht? Was ist das? Ne, ich sterbe, krieg ich nie wieder Ne, alles klar Hä, okay, obwohl ich nicht oben war Hab ich den Checkpoint geschafft Okay Aber auch gut Beschweren tue ich mich da jetzt nicht Lass angehen Ja Ah Ah Das haben sie ja gut gelöst Ah, fuck Wie soll man von Checkpoint 1 wegkommen, hä? Hä? Wieso denn so sch... Hä, sprich auf dem Falschen? Bin ich dumm? Ey, wenn du musst gut lang Ne, muss ich nicht Oh, da kam ich ja Hä? Ich weiß nicht, also irgendwie da war einfach eine... Plattform Wo geht's hier weiter? Hä? Oh ne, noch weiter nach oben Mal bei... Wo bist du denn gerade? Bei Checkpoint 3 Hey, ich komm... Ich schaffe es nicht, bin ich da Wie, wie, wie soll das denn gehen, Alter? Hä? Wie soll man denn von Checkpoint 1 Punkt geschaffen? Hä? Doch Ach, ah, okay, ja, jetzt hab ich ihn, jetzt hab ich Und, was war das Problem? Aber ich komm hier bei... Nach Checkpoint 3 wird's richtig eklig Als ob der das geschafft hat, wie? So ein Krampf, Alter Ja, ja Nein Also ich bin neben den Slime gesprungen Ich bin wie lost Oder vielleicht geht das, wenn ich auf... Es... Ne Es ist so, es ist so deprimierend So ein Scheiße, Alter Was ist das denn, Alter? Du mir, hä? Ich kapier... Ob das nicht funktioniert, ist doch unfair Ich kapier's noch nicht Ich versteh's auch Auch nicht, ah, Mann Ja, als es sein kann Vielleicht muss man... Musst du... Hier Dingens... Die Feder als Wurst... Verwenden Egal, jetzt wurde ich mal zurückgebackt, natürlich Ja, fuck Ah Gott, sind wir schlecht Ja Ich glaube, wir sind halt... Ah Mon Amour, was ist das? Ich, ich hab doch die Leiter gegriffen Was... Hä? Was ist... Hä? Ich war doch drauf Ah Wo muss man denn hier lang? Weiß nicht, wo du bist Oh Gott Ey, goh, hä? Guck mal, wie widerlich Wie peinlich, wie peinlich Wie peinlich Also ich seh, wo du bist Gerade Ja, und hier bin ich seit Wirklich fünf Minuten Oh Gott Wo muss ich eigentlich langen? Muss ich links oder muss ich rechts? Ich glaub ich, egal, oder? Junge Aber Checkpoint 3, oder? Hä? Warum? Warum? Ich spinn wieder neben den Slime Ich bin, ich bin nie neben den Slime gesprungen Ich bin genau auf, wenn's dir Es ist so ein Krampf, Alter Ich, ich, ich Also ob ich neben, ich bin nicht Ja, genau Jetzt noch nicht auf Ich bescheiß an mich Ja, wir sind zweiter und dritter oder was Gott Ach man, Alter Ja, ich Was spielen wir nicht nochmal? Ja, ich Ja, ich Ja, ich Ein Checkpoint war Dazwischen Ah, fuck Ich, ich Wart Doch auf Der Leiter Ja, okay Geil Ähm Spielende Sehr Unruhmesvoll Hm Was ist das? Dö, 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 dö Oha Oha, was, was, was? Ein Skywars-Ding Oha, 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 oha Stimmt Warte Kit, kit Oh, wir können kit auswählen? Äh ich auch das ist einzigen eins haben die skybox gespielt so ähnlich wie bad war so eine bett genau kann man kraften kraft ja du kannst kraften auch nochmal unterschieden und erstmal kurz in den ding machen weil ich muss das mal schauen was für looting oha memo jetzt wird abkassiert für die ganzen jahre ist nicht gefehlt hast aber ich habe noch nicht warum kann ich nicht öffnen aber jetzt ich nix weiß was du meinst na ja uh 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 ich mag ich das gerade nicht was eine oh uh 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 ja so dass schon verzaubert ja für die position für mich das stimmt das ist nicht also ich weiß nicht keiner kleiner tipp von mich profi das ist glaube ich wirklich wirklich gut wenn man wirklich möglichst schnell in der mitte ist ja auch hat gedacht nach ich habe ich habe 1 gedrückt nicht einfach ich halte sie umgelegt das ist ja das ist auch der grund warum ich meine ich finde diese mit mit steuerung und schrift richtig unbequem allerdings habe ich mich immer keine lustung mich um zu gewöhnen hatte ich auch nicht aber ich habe es irgendwann gemacht mein tps ging gerade wieder noch eine oder ich bin gerade in irgendeine runde drin ich auch warum machen also bin wahrscheinlich noch mal brauche ich das braucht das nicht oha kurz fast gebrütscht zieh dein schwert meine eigene schwert ich weiß nicht aber bei mir war noch kein tier schwer drin ich nicht lol die unfair darin hat es gelegen wird mein pc volt automatisch optimiert und ich habe jetzt ja komm so ein wichser ah nein ich brauche ich noch mal noch mal ich nehme so also tnt das abgegeben nee aber ich habe ich habe ich habe die ganze zeit hinter dir ich habe gesehen wie du tnt hattest ey ich finde das so na komm lol ey so ich habe einen pro player hier also in dem modus finde ich es gut dass ich mein torgip perspektiv auf junge ist ein also lucky das war ich auu den kriegst du den kriegst du hä ist ob man beim also ob man ist man langsamer oder schneller wenn man springt ich glaube man ist langsamer wenn man springt hast du ihn ja schön ey ey lass uns mal ein tnt ding besorgen und dann lass uns in die ecke stellen die ganze zeit hier mit her wechseln und wer am ende pech hatte hat verloren ok 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 sobald du uns hast dann komm mal in die mitte ja warte ich such auch gerade ich hab ich hab ok warte komm mal in die mitte wir dürfen nicht weglaufen einfach bloß wieder geben ok ja ok gut ah der feiter feit am ende fliegen wir weiter raus am ende fliegen wir beide raus wenn ein dritter kommt noch 20 sekunden ne ich hab nicht mehr wo ja jo gott jetzt kommst du mich auf einmal weg ne jetzt mein cps wieder da na oh nein scheiße bist du auch tot ja hä hä nein stimmt man auch in der ne ich hab jetzt eine sekunde zwischen dir wieder gegeben oder da kam noch da kam einfach noch ein dritter wahrscheinlich he 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 ja man ich hab jetzt mein book ich hab jetzt mein book ich hab jetzt mein book